Ein herzliches, bayerisches, beziehungsweise diesmal ein österreichisches Plus-Gott, hier aus Linz, von der Plus-Greiter-Bedockung, zwar in den Fangenberg und den Nox-Bikes. Wir haben ein schickes Rad hier, diesmal relativ günstig, 5000, diesmal 2.990. Und hier ein Kali von Nox, 7-Grenn-Einsatz, 180 mm Federweg, vorne und hinten, in Kombination mit dem Sachsen-Motor, das ist der beste E-Mail-Motor auf dem Weltpark. Und dann hast du natürlich noch so schicke, extra, so eine coole Fox-Gaub mit 30 mm Durchmesser. Also, das Rad hat übrigens 29 Zoll-Aufräder, echt geiles Ding. Kommt vorbei, hier in Linz können wir die Testen in der Plus-City noch, bis Ende Januar. Kommt zurück, wir haben natürlich auch guter Durchsicht. Geniale E-Scooter, könnt ihr übrigens Parkdeck Nummer 6 oben am Dach testen. Und das ist einzigartig in der Plus-City. Das hat es noch nie gegeben, aber diesmal gibt es es. Dann haben wir E-Scooter-Farben-Käste. Und dann haben wir, das ist immer, von der Firma Fenty, der riemisches Teil, das ist dadurch aus dem einfachen Grund neumöhrische Rahmenform und natürlich die dicken Fett-Bike-Reifen, die natürlich auch dämpfen. Und man kann mit dem Reifen über Straßenbahnschienen fahren, ohne dass es euch einfädelt. So, dann gibt es natürlich noch was für, ne? Und auch für die Super 73 aus Los Angeles sind die Dinger. Haben wir frisch für euch importiert, nur für euch übrigens, ja? Und die haben wir natürlich auch zu einem supergeilen Preis. Statt 2.300 Euro jetzt für 1.599, also echt, da kann man zuschlagen. Da kann man ein Weihnachtsschneppchen machen, so schaut's aus. Und natürlich haben wir auch was für die ganz normalen, schicke Tiefeinsteiger, auch zu super Sonderpreisen. Knapp 2.500 Euro, also echt nicht schlecht. Kann man auch hier testen. Was natürlich noch ein geiles Daunen ist, ein heileres sind diese nordkanadischen Wildgänse-Daunen-Jacken. Das sind die leichtesten Jacken auf dem Markt und die wärmsten. Das heißt, Normalpreis der Jacke knapp 600 Euro hier in der Plus City jetzt für 399 Euro. Also da kann man ein Weihnachtsschneppchen garantiert machen. Und ne warme Jacke im Winter ist Gold wert. Ja, ansonsten, was sagt, ach ja, E-Scooter haben wir sogar auch noch für die Kleinen. Also lässige E-Scooter, weil, wenn ihr Radefahren lernen wollt, also die kleinen Knirpse, die kommen am besten mit den E-Scootern zurück, weil die sind halt einfach Handkrieg. Ansonsten, bis bald in der Plus City, macht's es gut. Ein Tschüss, ein österreichisches Tschüss.